Was ist die Wachstum? Eine Menge ist gesagt worden. Also was wollen wir? Na gut, was wir wollen, sehen Sie noch anschließend nach meinem Vortrag in der Übersicht von Stefan Schönfelder. Was ich mache, steht hier, Weg in den Abgrund oder Notwendigkeit. Der Titel ist bewusst so ein bisschen ambivalent, ja, Weg in den Abgrund, also Notwendiger Weg in den Abgrund oder Weg in den Abgrund oder Gute Notwendigkeit. Ich lasse das mal ein bisschen offen. Es könnte auch sein, dass es eine positive Notwendigkeit ist. Ich möchte vier Felder abgreifen oder vier Kapitel mit Ihnen aufschlagen. Felder der ökonomischen, wirtschaftswissenschaftlichen Wachstumsdebatte. Dann, was bietet die Theorie, die Wachstumstheorie an? Was sagt die ökologische Wachstumsekonomik? Und dann möchte ich im Gegensatz zu seiner Ankündigung auch noch einen eigenen Beitrag kurz schildern, nämlich zur Frage der Ursachen des Wachstums. Und ich biete Ihnen eine Erklärung an, die sich mit Entgrenzung beschäftigt. Das ist vielleicht nicht das Gewohnteste, was Sie so hören, aber schauen wir mal. Ja, also Felder der Debatte über ökonomisches Wachstum. Es gibt Theorien, wie gesagt, es gibt ein Lehrbuch Wissen über Wirtschaftswachstum. Seit 1972 gibt es ökologische Aspekte in der Debatte. Der berühmte Bericht an den Club of Rome, nicht des, sondern an den Club of Rome. 1983 vertieft, durch die Nachhaltigkeitsdebatte aufgegleist von der Brundtland-Kommission. Da gab es dann später den Brundtland-Bericht. Seit den 1990er Jahren beobachtet man eine Wachstumsdivergenz weltweit zwischen Ländern, zwischen Volkswirtschaften, anstatt der Wachstumskonvergenz, die die Theorie eigentlich prognostiziert hatte. Die Theorie prognostizierte damals auch eine Divergenz, sodass sie immer recht hat. Aber das macht die Sache ja nicht besser. Eine Theorie, die immer recht hat, ist eben aussageschwach und gerät sowieso in die Kritik. Heute, den Punkt heute fülle ich mal so, und wenn Sie gleich was sagen wollen, bitte gerne gleich reingeben, kurz, auch während meines Vortrags, diskutieren müssen wir anschließend, auf anschließend verschieben. Es gibt eine Glücks- und Lebenssinn-Debatte, die mit Wachstum zu tun hat, auch in der Ökonomik. Sie haben vielleicht mitbekommen, Angus Deaton ist der aktuelle Nobel-Gedenkpreisträger in meinem Fach. Es ist kein Nobelpreis, sondern ein nachgestifteter Gedenkpreis, in Andenken an Alfred Nobel. Es gibt eine Verteilungsdebatte, die verstärkt wurde seit der Finanzkrise, Stichworte Attack Occupy, pluralistische Ökonomik. Stefan Schönfeld hat es schon angesprochen. Ökologische Wachstumsökonomik hat verschiedene Aspekte und Namen. Es geht um Nachhaltigkeit, starke, schwache, kritische. Es geht um grünes Wachstum, es geht um Ökoeffizienzen zu Schlagwörtern. Es gibt einen radikalen Ansatz, Degrowth oder Postwachstum oder Dekroissance, wie die Franzosen sagen, was bis hin geht zu einem Armutsleben, Franziskus lässt grüßen. So, kommen wir zum zweiten Punkt, ökonomische Wachstumstheorien. Ja, gucken, ob das funktioniert. Ah, man sieht oben den oberen Rand nicht ganz. Ja, worum geht es eigentlich bei Wachstum, wenn in den Nachrichten von Wachstum geredet wird? Und ich habe gerade bei meinem Nachbar vorhin gesehen, chinesische Wirtschaft wächst schwächer, andauernd in den Nachrichten, heute auch in der FAZ, vorne auf dem Titelblatt. Ich kurz gebe, chinesische Wirtschaft wächst schwächer, Katastrophe. Was wächst denn da schwach? Was ist denn das? Naja, das berühmte Bruttoinlandsprodukt, das BIP. Was ist das BIP? In Geldeinheiten bewerteter Output oder der in Geldeinheiten bewertete Output der Produktion aller Wirtschaftsobjekte, also Güter, Waren, Leistungen, Forderungen, also Zinserträge und so weiter, in einer Volkswirtschaft ist gleich Inland in einer Periode, dem Kalenderjahr, nach Abzug aller Vorleistungen. Also keine Doppelrechnung, das würde keinen Sinn machen. Vorleistungen, die schon bezahlt sind, über Märkte abgewickelt sind, werden rausgerechnet. Das Maß für die Brutto-Wertschöpfung, das Volkseinkommen hat man früher gesagt, einer Volkswirtschaft. Wie wird das gemessen? Nun, es gibt drei Wege. Einmal über die Entstehung. Die Brutto-Wertschöpfung kommt ja irgendwie aus dem wirtschaftlichen Ton. Über die Verwendung in Konsum, Investitionen, Staatskonsum, Exporte, Importe und so weiter. Und drittens, der Weg, wie man das beschreibt und berechnet, über die Verteilung. Wer bekommt denn welchen Anteil am Volkseinkommen? Arbeitnehmer, Unternehmenseinkommen, Vermögenseinkommen. In allen drei Rechenwegen entsteht natürlich derselbe Betrag. So, das ist das Objekt der Begierde, von dem geredet wird, wenn von Wachstum normalerweise in der Debatte geredet wird. Und Hans Tiefenbacher wird alternative Wege zeigen nächste Woche, wie man Wachstum definiert, auf welche Größe man Wachstum bezieht. Der regionale Wohlfahrtsindex, wie er das nennt. Da geht es anders zu und ich werde darüber kurz noch ein paar Worte noch sagen im Verlauf. Aber zu den Theorien, schauen Sie mal, was findet man da so vor. Klassische Theorien seit dem Merkantilismus im 17. Jahrhundert. Klassisch dann im 18. und 19. Jahrhundert. Smith, Riccardo, Mill und Marx natürlich, ein klassischer Ökonom. Die postkensianische Theorien, da schon Post damals früh aufgekommen als Attribut vor einem Adjektiv. Herod-Doma, seit 1939 werden diese Theorien formuliert. Die berühmte neoklassische Wachstumstheorie, Solo, ein wichtiger Vertreter, Nobelpreisträger 1956, erste Veröffentlichung. Dann die thermodynamischen ökologischen Wachstumsansätze. Georgescu Rögen, ein rumänischer Ökonom, Ayres Daly, ab den 1970er Jahren. Die endogene, neue oder angebotsorientierte Wachstumstheorie, Lukas Roma Barrow, ab den 1980er Jahren. Evolutorische Wachstumstheorie, Schumpeter, war am Anfang des 20. Jahrhunderts schon unterwegs, Nelson Winter ab 1970. Die Unified Growth Theory von einem Herrn Galor, einem Israeli, ist aktuell. Und die Postwachstumsekonomik, Nico Pech und andere, auch aktuell. So, kann man alles sehen oben, ja. Was passiert denn in so einem Wachstumsmodell? Ich bin mathematischer Ökonom und man kann ja gar nicht anders als das, was man gelernt hat, auch anbringen. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Nein, so meine ich das nicht. Ich will Ihnen mal zeigen, wie die Standard-Neoklassische Wachstumstheorie arbeitet. Also, nicht so schwer. Schauen Sie hin. Yt, das BIP im Jahr T, Bruttoinlandsprodukt. Im Jahr T die zu erklärende Variable. Wie kommen die zustande? Erklärende Variable sind die Bruttoinvestitionen, IT. Der Kapitalstock zu Beginn des Jahres T, wichtig, zu Beginn, der wird ja verändert durch die Investition übers Jahr weg. Und dann die gleichgewichtige oder wünschenswerte Warranted Wachstumsrate des BIP, die wir G nennen in der Theorie. Es gibt einen wichtigen Begriff. Neoklassik bietet diesen Begriff an. Steady State ist also der Inbegriff der Stabilität eines proportionalen Wachstums, wie ein Luftballon. Wenn Sie auf dem Luftballon, wenn Sie ihn halb aufblasen und Sie markieren Stellen mit dem Filzstift und Sie blasen ihn ganz auf der Vorplatz, sind die Stellen proportional auseinandergezogen durch das Wachstum, durch das gleichmäßige Aufblasen. Das nennt man ausbalanciertes oder eben Steady State Wachstum. Alle Variablen wachsen mit der erwünschten selben Wachstumsrate. Das heißt, Yt ist 1 plus G. 1G ist ja die Wachstumsrate, die proportionale, prozentuale Zunahme von Yt minus 1. Ebenso für It und für Kt. Immer die alte Größe wird mobilisiert mit einem Faktor, Größe 1. Und G ist eben die prozentuale Zunahme. Und wir kriegen den neuen Wert in der neuen Periode raus. Was der Kapitalstock Kt auch, naja, 3, beschreibt den neuen durch den alten, aber 4 beschreibt den neuen durch den alten noch anders, indem man nämlich die Investition dazu zählt. Klar, die Investitionen sind aber hier auch schon beschrieben, nicht definiert, sondern definitorisch beschrieben. Wenn man das jetzt zusammenfügt, kriegt man das heraus. Braucht man nicht so genau verstehen, also braucht man es nicht lesen. Es ist ein Einsetzen. Wenn man wieder Einsetzen kombiniert, kriegt man das. Und das ist jetzt wichtig. Also die Investitionen sind identisch mit diesen Prozenten. Und wenn man jetzt beide Seiten durch Yt dividiert, also pro Einheit Bruttoinlandsprodukt, pro Einheit Volkseinkommen, wie Sie es nennen wollen. Ja, wir hatten ja 3 Verwendungsarten, 3 Arten, wie Bruttoinlandsprodukt definiert wird. Kriegt man das raus. IT durch Yt ist dieser Ausdruck. Brauchen wir es auch nicht lesen. Korrekt geschrieben. Jetzt habe ich ihn oben nochmal hingeschrieben. Also man kann ihn fast sehen. Ja, da steht dann K. Stefan Schöpfel hat mich gewarnt, dass oben abgeschnitten wird. Irgendwie in den Wind geschlagen. Sorry. Also diese Gleichung ist die magische Gleichung. Denn, wenn wir definieren, IT durch Yt, also die linke Seite, als Investitionsquote, was wird investiert in einer Periode T pro erzeugter Einheit Output, pro erzeugter Einheit BIP? Das nennen wir I. I steht normalerweise für Interest, Zins. Das ist ein kleiner Missbrauch der Bezeichnung, aber in dem Fall ist es so. Wird so gemacht. Klein K ist der Kapitalkoeffizient. Der Kapitalstock am Beginn der Periode T dividiert durch das Bruttosozialprodukt in der Periode T, oder Bruttoinlandsprodukt. Also wie viel Kapitalbestand, Anlage, Produktivkapital, ist am Anfang der Periode T da, pro Einheit Bruttoinlandsprodukt. Ja, pro Einheit Brutto-Wertschöpfung. Das Ergebnis lautet also, wenn Sie das jetzt einsetzen, so, ich habe einfach die Buchstaben ersetzt, ja, so wie es da steht. Und jetzt müssen Sie interpretieren, das ist also die Lieblingssportart des Ökonomen, was steht da? I Stern ist die Steady-State-Investitionsquote. Die Frage, wie viel soll ich denn investieren in einer Periode als Quote, ja, hier, so wie es hier definiert ist, als Quotzent, damit das ganze Ding proportional im Steady-State vernünftig wie ein Luftballon wächst und nicht aus der Balance kommt, mir nichts um die Ohren fliegt, kein Sektor überdominant wird und ein anderer geht zugrunde und so weiter. So viel. Wo kommt G her? G ist die Wachstumsrate, die ich wünsche. Zum Beispiel, was wäre so eine Wachstumsrate, die als erwünscht gilt? So 4 Prozent, ja, hat man immer so im Blick gehabt. Chinesen hatten 10, 12 und mehr Prozent Wachstumsrate, jetzt sind sie ganz schlecht, nur noch bei 6 Prozent, Anführungszeichen. Also, und K-Stern ist der Kapitalkoeffizient, die Kapitalausstattung pro BIP und dann hat man also diese wichtige Beziehung. Das ist die Lösung, die die Wachstumstheorie anbietet. Wie hoch ist meine Investitionsquote, damit ich Steady-State wachsen kann? Das ist die Erklärung, das ist die Antwort. Mehr? Nicht. Jetzt, wie arbeitet der Ökonom? Das werde ich jetzt nicht mehr als mit Ihnen durchgehen. Wir haben keine Abschreibung drin. Ich habe ja nur gesagt, ich investiere in Investitionen und erhöhe den alten Kapitalstock. Wo ist die Abschreibung? Das ist ja rein, also kann man machen. Rechne man rein. D ist die Abschreibungsrate auf den alten Kapitalstock, ja, dann wird das also subtrahiert. Und der neue Kapitalstock ist also KT-1 minus D, KT-1, also der abgeschriebene Teil, plus die Investition ist korrekt, ja. Also ist alles in Ordnung. Dann rechnen wir das alles nochmal. Rechnen wir das nochmal. Sorry, ging zu schnell, ist ja schon fertig. Und jetzt kriegt man diese Formel raus. Also wie vorher auch, Sie haben hier nur in diesem Faktor nicht G, sondern G plus D stehen. Sie haben also hier die Abschreibungsrate im Zähler. Das heißt, Sie müssen jetzt bei der Investition höher gehen. Sie müssen mehr reinlegen in die Investition, damit Sie wieder ein BIP-Wachstum, also ein Steady-State-BIP-Wachstum bekommen. Okay, das ist die Antwort. Wenn es Abschreibungen gibt, muss man mehr investieren als vorher. Und da ist die Formel genau wie vorher, analog und aber mit einem größeren Zähler. Der Wert ist größer. So arbeitet der Kunde. Es passt sich über Verallgemeinerungen, über Lockerungen von restriktiven Annahmen voraus, vor. Und dann baut man Wachstumstheorie über Wachstumstheorie. So, Fragen, Kommentare? Möchte niemand was sagen? Gut. Bitte? Ja. Wenn wir jetzt diese Formel haben, ist dann quasi der Schluss, den ich herausziehe, meine Endformel hier, ganz unten, genau, ist dann der Schluss, den ich herausziehe als Ökonom, dass ich meine Investitionsquote an das Wachstum anpassen muss? Oder geht es darum, wie viel ich investieren muss, wenn ich ein bestimmtes Wachstum haben möchte? Letzteres, ich will, na, hallo, letzteres, ich will diese Wachstumsrate realisieren und dann habe ich die Aufgabe, investiere bitte in diesem Maß. Gibt es jetzt eine Volkswirtschaft oder ist das auch mittel? Das ist eine Ökonomie, eine Volkswirtschaft. Ja, okay, und das heißt Investitionen in jeden Sektor? Die gesamte Volkswirtschaft ist ein Objekt, was Sie betrachten, idealisiert, auch wenn es in Wahrheit aus vielen, vielen Branchen und Sektoren besteht. Die gesamte ökonomische Investitionsquote pro YT, also pro Einheit BIP. Okay, gut, schauen wir mal in die ökologische Wachstumsekonomik. Wir müssen uns ja mal bis darüber hinaus bewegen und es gibt ja eine lange Debatte, ich hatte es schon angedeutet. Also, die Lehrformel technischer Fortschritt, die ich jetzt gar nicht eingefügt habe, die steckt in den Investitionen drin. Technischer Fortschritt ist also ein großes Thema bei der Wachstumstheorie, bei den komplexeren modernen Modellchen. Aber was ist das? Und man kann das zum Beispiel mit Energie füllen. Ja, was ist Technischer Fortschritt? Zeigt sich im Energieverbrauch. Nur ein Beispiel, das ist ein Aspekt. Die Defensivkosten des Wachstums werden berücksichtigt. Was soll das heißen? Wachstum erzeugt Kollateralschäden, ich sage es mal, Anführungszeichen. Diese zu beseitigen oder zu verhindern, präventiv kostet. Also, das muss man einbringen. Herr Diefenbacher macht das in seinem Konzept. Die Nachhaltigkeitsidee wird integriert. Dann haben wir drei große Elemente, die die Überschrift zu unserer Veranstaltungsreihe bieten. Effizienz, Konsistenz, nach Josef Huber. Und Suffizienz kommt aus dem Postwachstum. Aber die Vokabel gibt es schon viel länger natürlich. Das ist eine ganz lange Geschichte. Die drei Vokabeln finden Sie ja in unserem Titel, haben Sie sich da schon beschäftigt. Was ist das? Man hat eine Ahnung, was es sein soll. Wird ich noch was zu sagen? Ich habe gehofft, Stefan Schönfelder erklärt es. Hat er aber nicht. Nee, kann man gut erklären. Dann die Idee grenzenloser Steigerungen aufgeben. Einfach aufgeben. Die dominierende Optimierungsvorstellung der Neoklassik fehlt ja oder kollidiert ja mit einem ewig wachsenden System mit positiver Wachstumsrate. Das ist ja gar kein Optimum. Die Wachstumsrate kann möglicherweise als gewünscht gewählt werden. Das haben wir gesehen in dem Solo-Modell in der Primitivversion, die ich Ihnen gezeigt habe. Aber das heißt ja nicht, dass die Bezugsgröße, die Basisgröße irgendwie ein Optimum annimmt, sondern die wächst ja, wie der bekannte Seerosenteich zuwächst. Und am letzten Tag wächst er von der Hälfte aufs Ganze an einem Tag über Nacht oder über Nacht zu, wenn die Wachstumsrate konstant bleibt, weil das ein exponentielles Wachstum ist. Wo bleibt also der Optimierungsgedanke der Neoklassik in ihren eigenen neoklassischen Modellen zur Wachstum? Ist irgendwie weg. Da stimmt was nicht. Das ist ein Widerspruch. Ich zeige Ihnen jetzt Folien eines befreundeten Kollegen Thomas Göllinger, die so schön sind, dass ich sie jetzt nicht nochmal neu schreiben wollte und anders machen wollte. Also Nachhaltigkeit, aber in diesem Kreis vielleicht auch schon ziemlich oft diskutiert. Ökologie, Ökonomie, Gesellschaft. Also es geht um die Lebensgrundlagen, um das Wachstum, sprich Wohlfahrt und dasselbiges soll maximiert werden im Sinne der Ökonomie. Und die Gesellschaft hat andere Themen auf ihrer Agenda, Sozialgerechtigkeit, Chancengleichheit, Menschenrechte. Stefan Schönfühlen hat es angesprochen. Die Nachhaltigkeits-Sustainability-Konzepte, hatte ich schon erwähnt, sind dreifach. Es gibt die starke, die schwache und die kritische Nachhaltigkeit. Die starke Nachhaltigkeit heißt eben, Naturkapital ist nicht substituierbar. Glaubt nicht, so lautet die Botschaft insbesondere der Deep Ecologist oder der von mir aus Fundamentalökologen, Postwachstumsekonomen, glaubt nicht, dass ihr zerstörte Natur irgendwie durch Artefakte substituieren könnt, die ihr herstellt. Die schwache Nachhaltigkeit sagt genau das Gegenteil. Doch, das geht und zwar ziemlich gut, vollständig, dass die neoklassische Umweltökonomie, die auf Effizienz schaut und diese Idee zugrunde liegt. Und die kritische Nachhaltigkeit sagt eben, ja, teilweise geht es, teilweise nicht. Das scheint ja das Vernünftigste zu sein. Dann würde man sich ja anschließen, vorneweg gesagt. Nochmal, die Frage exponentiell bedeutet halt so, nicht, das Differenzial, die Ableitung ist eben R mal X. Wenn R die Wachstumsrate ist, dann ist das eben hier so ein wirklich ein ins Unendliche, sich beschleunigender Prozess. Was wir kennen aus der Natur, in der Regel ist das logistische Wachstum. Es findet irgendwo ein Sättigungsgrad, es gibt einen Wendepunkt hier, also hier steigt die Steigung bis hier, also der Anstieg steigt, das heißt das Tempo steigt und dann nimmt das Tempo ab. Ab hier ist eine Entschleunigung und dann gibt es eine Sättigung. Thomas Görlinger hat dann diese schöne Gleichung, Umweltbelastung ist gleich Bevölkerungszahl mal Güter pro Kopf, mal Ressourcenverbrauch pro Kopf, mal Naturbelastung pro, nein nochmal, Bevölkerungszahl mal Güter pro Kopf, mal Ressourcenverbrauch pro Gutseinheit, Gütereinheit, mal Naturbelastung pro Ressourceneinheit, die verbraucht wird. Ja, kommt jetzt schon ein bisschen vom Himmel. Ich könnte Ihnen das hier beweisen, das dauert jetzt zu lang, das ist die Herleitung. Das sind zwei Autoren, ehrlich und ehrlich, ein Mann und eine Frau, ich weiß nicht, ob das ein Paar ist, ehrlich und ehrlich haben das also vor Jahren schon kreiert, so eine Gleichung aufzustellen. Und interessant ist, dass die Umweltbelastung mal quantifiziert wird, ja, und zwar so, dass man diesen drei Faktoren einen Begriff zuordnen kann, ich habe gerade davon geredet, Suffizienz, Effizienz und Konsistenz, so wie es hier steht. Suffizienz bedeutet Genügsamkeit, Konsum und damit Naturverbrauch sollen reduziert und beschränkt werden, sind zwei verschiedene Dinge. Reduzieren heißt ja nur ein bisschen weniger, aber beschränkt auch wirklich nicht über ein Maß hinaus, ja, also nicht das Wachstum beschränken, sondern tatsächlich den Gesamtbestand beschränken. Also der Quotient, der dazugehört in der Formelsprache, ist eben Güter pro Kopfbevölkerung, ja, also der Wirtschaftsobjekteverbrauch, allgemein gesagt, Leistungen gehören natürlich auch rein, Wirtschaftsgüter sind ja gemeint, nicht nur Waren, sondern Leistungen und so weiter, pro Kopf, Suffizienz, ich komme aus mit einem Mindestmaß. Effizienz ist klar, der Ressourcenverbrauch pro produzierter Einheit, der Ökonom sagt, möglichst wenig Naturverbrauch pro Produktionseinheit. Er sagt schon, Naturverbrauch, der Ökonom, er sagt, ist mir doch egal. Nein, aber er möchte nicht sich beschränken in der Produktionsmenge, sondern er sagt, ich möchte die Produktionsmenge, die ich herstelle, und wenn es so ist, dass jeder von uns fünf Fernseher zu Hause stehen hat, möglichst effizient gestalten. Und dagegen geht jetzt die Konsistenz, Josef Huber vor einigen Jahren formuliert und propagiert, Dagegen geht auch nicht nur die Suffizienz, sondern auch die Konsistenz an, indem gesagt wird, konsistent bedeutet, Produktionsverfahren müssen im Einklang mit natürlichen Prozessen stehen. Recycling ist ein Unterbegriff, ich zeige Ihnen noch mehr Unterbegriffe. Der Quotient dazu heißt also Naturbelastung pro verwendeter Ressourceneinheit in der Produktion. Das ist also eine schöne Formel, wie gesagt, nicht von Thomas Göttinger oder mir erfunden, schon ein bisschen älter, so kann man sich das herleiten. Wenn man es grafisch nochmal anschaut, die berühmte Faktor-4-Situation, Weizsäcker vor vielen Jahren formuliert, Volkseinkommen auf der Ordinate, Umweltbeanspruchung U und Umwelt- und Ressourcenintensität U, also wie viel brauche ich pro, Intensität heißt, wie viel brauche ich pro hergestellter Produkteinheit und Sonst-Einheit. Also hier hat man das Wachstum im Sinne eines exponentiellen Wachstums und bei absoluter Entkopplung zwischen Wachstum, BIP-Wachstum und Naturverbrauch, hat man so eine Kurve von Groß-U, also von der Umweltbeanspruchung, und von Klein-U, also der Ressourcenintensität. Also so würde das aussehen, wenn man zwischen zwei Zeitpunkten die Situation betrachtet, bei, wie gesagt, wachsender Ökonomie, aber mit geschickter, mit geschicktem Management. Okay. Da würde ich jetzt fragen, also mit welcher Einheit man das Umweltbeanspruch hat oder am Aussturm gemessen kann. Damit. Oder Naturbelastung. So, wie es hier steht. So, wie es hier steht. Ja, Naturbelastung, das entsteht, die Einheiten entstehen aus dieser Art, wie man das hier konstruiert. Okay. Können Sie das nächste Mal? Ja. Können wir das verschieben, die Detailfragen? Ja. Gerne. Also es ist nur eine Illustration, wie es sein soll. Wir wachsen, wir werden reicher, Wohlstand wächst und der Naturverbrauch sinkt. Ist das so oder ist das Käse? Nicht unbedingt Käse. Das ist die reale Zeitachse bis 2006 oder so. Die relative Entkopplung des Primärenergieverbrauchs, PEV, vom wachsenden BIP. Und wir haben eine absolute Entkopplung der energiebedingten CO2-Emissionen in Deutschland. Also hier, tatsächlich. So etwas hat sich ungefähr tatsächlich so abgespielt. Das ist also die Zeitreihe, die man für Deutschland aufstellen kann, findet. Das Problem ist, nennst du die Welt alles in Ordnung? Nee, nicht wirklich. Das Problem ist, dass es ein Rebound gibt. Also wenn sich die Effizienz so verhält, dass es einfach preiswertere Produkte gibt. Und das ist ja unser Wunsch eigentlich. Dann verbrauchen wir auch mehr. Also ich habe jetzt zu Hause zwei Kühlschränke stehen, einen brauche ich gar nicht. Und bei Ihnen wahrscheinlich auch so. Und Fernsehgeräte, ich könnte irgendwie deutlich weniger sammeln, die sich... Ich übertreibe jetzt. Aber das Rebound nicht. Es gibt also tatsächlich Effizienzgewinne und man hat am Schluss mehr von den Produkten. Und dadurch geht der Umweltvorteil wieder flöten. Das ist eine schöne Grafik von Thomas Göllinger. Die drei Strategien Effizienz, Konsistenz, Suffizienz. Wenn man sich vorstellt, wir starten... Das ist eine alte Grafik von 2003. Wir sind jetzt schon zwölf Jahre weiter. Damals startet eigentlich alles mit komplett 100% Effizienz. Und wenn man dann hier auf der Achse so hoch geht, wir sind jetzt vielleicht so hier, dann hat die Suffizienz tatsächlich eine gewisse Bedeutung. Die Konsistenz noch mehr. Und die Effizienz hat abgenommen im Umgang mit Ressourcen, mit Umwelt. Energiewende ist nur ein Stichwort. E-Mobil und so weiter. Tatsächlich. Da hat sich tatsächlich diese Prognose von 2003 beschreiten in der Zeit so voran und kriegen am Schluss dann vielleicht einen sehr hohen 100%igen Suffizienzstrategieanteil in der Art und Weise, wie wir wirtschaften und leben. Auch ein gewisser Optimismus. Hier füllt Thomas Göllinger jetzt die Begriffe Konsistenz, Effizienz und Suffizienz mit, mit konkreten Strategien. Also Konsistenz, Stoffstromkonsistenz, Solarenergie, Erzeugung und Verwendung, regenerative Energien überhaupt, Recycling. Das hatte ich schon angedeutet. Das gehört zum Begriff Konsistenz, Suffizienz eben. Soziale Netzwerke sind wichtig. Weniger ein materieller Lebensstil, sondern eine Lebensstilinnovation im Sinne von kommen weg von materiellen Konsumaktivitäten, kommen zu anderen Verkästigung der Ansprüche, das genannt ist, Hinsuche. Effizienz ist klar, Steigerung von Wirkungsgrad und Ausbeute, Energie- und Materialproduktivität und so weiter. Wenn man die Suffizienz natürlich sehr hoch ansetzt, denn Suffizienzanspruch hat man möglicherweise im Konsumniveau Nachteile, die auch wachsen. Also man hat eine abnehmende Konsumgütermenge, Konsumintensität im Laufe der Zeit. Also hier die Zeit, die sich mit einer schwachen, mittleren oder strikten Suffizienz verbindet. Wenn man gar keine Suffizienz übt als Strategie, dann hat man diese Entwicklung. Aber sie kommt natürlich auch hier an eine Delle und nimmt in der Steigerungszunahme ab. Entschuldigung, eine Frage zu der Grafik gerade. Ja. Warum nimmt die Konsummöglichkeit ab? Einfach, weil ich weh in der Steigerung kann? Ja, weil Suffizienz, klar, also Suffizienz heißt ja, beschränke dich, also sei genügsam. Und das heißt ja ganz einfach, dass wir einfach Konsummengen abbauen. Nicht nur Effizienz steigern und Konsistenz verbessern, produziere im Einklang mit der Natur, sondern wirklich sagen, komm, überleg dir mal, ob du da deine drei Bildschirme und deine zwei Kühlschränke brauchst. Okay, das ist eher eine Begriffsklärung als zu sagen, einmal strenges Suffizienz entschieden und im Laufe der Zeit wird es mal schlechter sozusagen. Ja doch, also unter der Vorgabe, dass ich eine strikte Suffizienzpolitik fahre, entwickelt sich eben die Konsum, entwickeln sich die Konsummöglichkeiten so. Das ist als intuitive Grafik, als illustrierende Grafik so zu verstehen. Ja, also in einer naheliegenden Weise zu verstehen, da ist jetzt kein Geheimnis mit verbunden. So, menschliches Streben nach Entgrenzung, das soll eigentlich ein Vier sein, da ist eine Zweit rausgeworden, wir sind ja schon beim vierten Kapitel. Also, das ist das Anliegen von mir persönlich, also mein Ansatz, mit dem Thema Wachstum umzugehen. Schauen wir mal auf Daten nochmal. Also, hier haben wir das US-Pro-Kopf-Einkommen, inflationsbereinigt bis 2002 und die Konsumausgaben. Die Konsumausgaben ist die untere Kurve, das Pro-Kopf-Einkommen ist so. Sie sehen, dass beides wächst ohne Beschränkung. Jetzt nicht unbedingt exponentiell, das nicht, sondern das Wachstum hat ihren linearen Charakter. Und die Konsumausgaben aber auch. Also, es ist anscheinend nicht so, und das entspricht ja auch unserer Wahrnehmung, wenn wir die Wachstumsraten im Fernsehen, in den Nachrichten mitkriegen, in der Wirtschaftsberichterstattung, sind die Wachstumsraten schon niedrig, die wir zu hören kriegen, außer in China, da waren sie eben ganz hoch die ganze Zeit. Es scheint linear zu gehen, aber das ist ja auch entgrenzt. Also, ein linearer Anstieg wäre eine Entgrenzung, eine überall grenzenlos wachsende Ökonomie. So, wenn wir mal schauen auf das Westdeutsche, was wir Westdeutsche nennen, wenn wir das mal von 1913 bis 1991 betrachten, dann wuchs das BIP pro Kopf, also wirklich unabhängig von der Bevölkerung, wenn die Bevölkerungszahl rausrechnen, machen sie diese pro Kopf Rechnung, also diesen Quotienten, um den Faktor 5. So, 100 Jahre zurück sah also ein Laden zum Beispiel so aus, der war vermutlich noch gut sortiert, ja, Kolonialwaren auch schon dabei, also nicht nur Zucker und Salz. So sah das 1913 aus, wie sieht es jetzt aus oder zwei Jahre zurück? Ja, es ist ein bisschen hart, ja, also vielleicht eher in Amerika so, bei uns ein bisschen netter angeordnet, die waren, aber das ist schon nicht, das ist nicht konstruiert, so ist das, wir leben im Überfluss, ja. Können Sie nur kurz erklären, was inflationsbereinigt heißt? Inflationsbereinigt, wenn Sie das Wachstum, also das Wachstum wird in BIP berechnet, BIP ist eine monetäre Größe, haben wir gesagt, in Geldeinheiten, nicht in physischen Einheiten. Und da ist natürlich die Frage, was heißt in Geldeinheiten? Das, was am Markt erlöst wird. Wenn es eine Inflation gibt, steigen natürlich die Preise, und damit wird der Erlös größer. Und dann können Sie ein Wachstum vortäuschen, obwohl die gleiche Anzahl von Fernsehern oder Autos verkauft wird. Und diesen Inflationseffekt müssen Sie rausrechnen. Im Moment haben wir das Problem nicht, zum Glück nicht, schon auch seit Jahren nicht. Eigentlich sind alle froh, außer Herrn Draghi, der gerne die Schulden der Peripherieländer weginflationieren würde. Das ist aber nicht unser Interesse, weil dann unsere gesamte Haushaltsrechnung nicht mehr stimmt. So, musste mal sein zwischendurch. Eine Bemerkung in der Art. Also, da gibt es ein deutliches Wachstum. Da hat sich was getan. Jetzt kommt eine interessante Grafik. Übrigens, diese Folien, die ich jetzt zeige, stammt, auch nicht von mir, sondern von Ulrich Witt, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut in Jena. Das Institut ist jetzt aufgelöst worden und umgewidmet worden in die Naturwissenschaften hinein, weil die Max-Planck-Gesellschaft nicht in der Lage ist, Sozialwissenschaften als hinreichend wichtig anzuerkennen. Ja, ich gebe das jetzt auch mal so als provokative Formulierung hier rein. Aber sie macht gute Arbeit, das ist gar keine Frage. Und die macht aber auch gute Arbeit. Also, Herr Witt hat mir diese Folien zur Verfügung gestellt. Und hier ist es ganz interessant zu sehen, dass wir den pro Kopf Konsumausgabenanteil für Nahrungsmittel anschauen. Also, den Konsumausgabenanteil nur für Nahrungsmittel. Und der geht dramatisch runter. Also, es wird immer weniger ausgegeben für Essen. Aus welchen Gründen auch immer, es ist einfach mehr Geld da und man muss weniger aufwenden, um seine Ernährung sicherzustellen. So sieht das aus, das nennt man Engelkurve. Da sieht man noch absolute Zahlen. Jetzt ist die Frage, was ist das mit diesem Nahrungsmittelkonsum? Warum geht das so runter? Und ist das ein Wachstumsmodell oder nicht? Naja, ja? So fragt, heißt das, wir essen weniger oder wir geben weniger Geld? Nein, nein, das heißt zunächst mal Konsumausgaben. Wir geben weniger Geld prozentual von unserem Einkommen. Okay, weil der Konsum geht zurück, weil ich muss ja nicht sagen. Ja, nee, klar. Kann auch sein. Kann auch sein. Also, wenn ich jetzt höre, dass die großen Burgerketten, McDonalds und Co. Probleme haben, weil die Leute nicht mehr diese ziemlich teuren, es ist nicht billig, bei McDonalds da zu werden, das Zeug nicht mehr essen, dann hat das auch was mit weniger Essen und ökologisch Essen zu tun. Nein, zunächst mal einfach, wie es da steht, Konsumausgabenanteil, so. Also, ist also kein, wer also Nahrungsmittel anbietet, hat als Unternehmen, als Anbieter, keine gute Chance, von Wachstum zu profitieren. Ja, da muss man schauen, hinschauen, was ist da los? Da gibt es eine Art Sättigung, ja, man kann sich vorstellen, also bei Nahrungsmittelaufnahme sowieso. So, wie kann man also Sättigung überwinden? Und das hat Ulrich Witt umgetrieben in seiner Forschung, inzwischen ist er emeritiert. Man muss komplexere Sättigungselemente aktivieren bei den Leuten. Also, das nennt er komplexere Sättigungsdynamik auslösen. Zum Beispiel das Bedürfnis, sozial anerkannt zu sein. Das führt zu Demonstrativkonsum. Ja, ich konsumiere etwas, was ins Auge fällt und ich genieße dadurch nach meiner Meinung dann höheres soziales Ansehen, einen Status gewinnen. Das ist nicht sättigbar, insbesondere wenn alle versuchen, ihren Status damit zu erhöhen. Das sind die Zehenspitzenmetapher. Wenn Sie bei einem Popkonzert sind, Sie sehen nicht richtig und stellen sich auf die Zehenspitzen, aber wenn das alle machen, dann stehen Sie wahnsinnig unbequem und es ist überhaupt nicht besser als vorher. Das ist die Zehenspitzenmetapher. Dann das Bedürfnis, Sinne und Gedanken zu stimulieren. Also Erlebniskonsum, das kennen wir alle. Konsum wird nicht einfach, wird das Zeug hingelegt und gesagt, kauf mal oder lass es, sondern wir werden in einer Erlebniswelt, in großen Einkaufsmalls, in Einkaufsmeilen, werden wir zum Erlebnis stimuliert. Sinne und Gedanken werden in Richtung auf erhöhten Konsum getrimmt. Oder es kann auch sein, dass wir ein positives Selbstwertgefühl daraus beziehen, aus dem Konsum und auch das ist schwer sättigbar. Das sind also drei Bedürfnickskomplexe, die tatsächlich zu einer unbegrenzten Konsumsteigerung Anlass geben. Ob man es dann realisiert, ist die andere Frage. Selbstwertgefühl, davon kann man nie genug haben, insbesondere wenn man ein schwaches Selbstwertgefühl hat und dann das Bedürfnis hat, sich zu produzieren und sich zu beweisen. Jetzt kommt die Frage der Innovation. Das ist ganz interessant. Wie machen Anbieter das? Wie hat unsere Ökonomie das im Laufe der letzten Jahrzehnte hingekriegt, dass wir also das Wachstum, was wir haben, realisieren konnten? Sie entziehen in der Innovationsstrategie Produkten, die sättigbaren Bedürfnissen dienen, also Getränke zum Beispiel, den entziehen Sie den sättigenden Faktor. Also Zucker oder Alkohol bei Bier. Natürlich hat man irgendwann genug getrunken, aber wenn man also bestimmte Faktoren entzieht, Diät, Coca-Cola und so weiter, Diätkaffee, koffeinfreier Kaffee, dann können Sie deutlich Wachstumspotenzial als Anbieter realisieren. Strategie 2, Produkte anreichern mit höherwertigen oder exotischen Bestandteilen. Das kennt man, so Gourmet-Nahrungsmittel, wenn Sie mal zum Karstadt gehen, ins Tiefgeschoss und schauen, was da angeboten wird. Da wirkt ein Teil der Lebensmittel schon recht aufwendig und konstruiert, ja, artifiziell. Das ist gar nicht normale Wurst oder normaler Fisch, sondern da kommt also so ein Gourmet-Charakter rein dazu. Strategie 3, es werden Attribute angefügt an Produkte, die nicht leichtsättigbare Bedürfnisse ansprechen, die zum Beispiel das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, ja, Louis Vuitton, sagt man, Handtasche ist mir fremd, eine Handtasche, aber Frauen wissen, was damit gemeint ist. Jetzt ist es aus. Dann eine positive Akzentration zwischen Produkten und emotional starken Bedürfnissen suggerieren. Also das kennen wir alle. Parfüm, da geht es um Zuwendung und sexuelle Betätigung. Nicht immer, ich zeige Ihnen nachher noch eine andere Werbung, da geht es auch um Entgrenzung, weil Parfüm etwas einen Charakter des Ewigen an sich hat. Zigaretten, der berühmte Marlboro-Mann, der dann auch irgendwann an Lungenkrebs starb, der Darsteller zeigt, er wird uns nicht lustig machen, das ist natürlich nicht schön. Aber das ist die Fragwürdigkeit von Zigarettenwerbung, ist ja schon lange geklärt. So, und die Strategie Nummer 5, man muss Verkaufsargumente entwickeln, die auf kognitiver Ebene mehrfach Konsum motivieren. Jetzt kommt die Geschichte mit den mehreren Fernsehern im Haus und den Kühlschränken und so, oder Schuhe. Schauen Sie mal, die Dame ist es wohl, hat hier einen Bildschirm im Bad, nicht? Also es geht auch ohne Bildschirm im Bad. Noch vermisst man es nicht, aber wenn man sich es lang genug einredet, kann man sagen, ich brauche auch beim Baden einen Bildschirm. Schuhe, das kennen wir, da gibt es natürlich eine Funktionsvielfalt, die ist auch nicht falsch, aber wenn Sie da immer hochwertige Schuhe kaufen, es steht ja ganz schön viel Geld im Schuhregal. Das kann ganz schön teuer sein. So, jetzt beende ich die Folien von Ulrich Witt, die er mir freundlich geliehen hat, und komme zur eigenen. Ab jetzt kommen eigene Folien. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Stefan Schönfelder guckt. Super. Also, mein Thema eben Entgrenzung, Grenzenlosigkeit, verstehen, woher kommt es? Und was können wir dagegen tun? Also Entgrenzungsbedürfnisse, als tiefere Wurzel für dieses Wachstums, für diese Wachstumsmanie. Es gibt Bücher mit schönen Überschriften, zum Beispiel die Alchemie des Wachstums. Man schreibt mit E oder mit I, beides ist korrekt. Ich dachte immer mit E, aber man kann es auch mit I schreiben. Alchemie des Wachstums. Da geht es aber um Unternehmen. Wie können also Unternehmen wachsen? George Soros, den man ja gut kennt, aus Publikationen oder aus den Medien. Die Alchemy of Finance hat er schon relativ früh geschrieben, war in den 80er Jahren. Er muss es ja wissen, ja. Vermutlich ist er so reich, wie alle denken. Man weiß es ja nie bei diesen Leuten, ob sie wirklich so reich sind. Aber man vermutet bei Soros schon, dass er ein Multimilliardär ist, ein Finanzmilliardär. Alchemie, was hat es denn damit auf sich? Vorweg, die Idee kam mir durch die Lektüre von Hans-Christoph Binswanger, dem Vater von Matthias, der hier auftreten wird, im Dezember, glaube ich. Hans-Christoph Binswanger 1985. Geld und Magie. 1985 ging es um Faust und Geld und Magie. Alchemie war seine Erklärungsmetapher dafür, was in unserer Ökonomie sich abspielt. So, also da kam mir damals schon die Idee, es geht irgendwie alchemistisch zu. Wie jetzt? Was soll das heißen? Alchemie? Wer will denn jetzt schon noch Gold aus Blei oder Dreck herstellen? Das ist ja jetzt so wirklich Quatsch. Man kann tatsächlich Gold herstellen in großen Anlagen. Goldatome, die aber instabil sind. Nee, aber von dem abgesehen. Also Alchemie und Wirtschaft ganz vergeerdet, ohne irgendwelche großartige Physik und Chemie. Was soll die Metapher? Wir haben ein alchemistisches Denken in uns. Folgendes. Es gibt zum Beispiel betrügerische Methoden oder eine besonders betrügerische Methode der unbegrenzten Wertschöpfung und Steigerung des Wohlstands durch grenzenloses Wertwachstum. Wo? Bei Schneeball oder Kettenbrief oder Pyramidensystemen. Englisch Ponsi. Schemes. Warum Ponsi? Der Herr Ponsi war ein Amerikaner, der in den 1920er Jahren sein Unwesen trieb. Adele Spitzeder ist ein Beispiel aus München, der 1870er Jahre. Es gibt einen Film über Adele Spitzeder. Vielleicht hat er ein oder andere den gesehen. Das sind also historische Beispiele solcher Schneeball, Kettenbrief, Pyramidensysteme. Das Muster geht so, es wird eine Exorbitant, also Investoren, Finanzinvestoren, die Bares Geld bringen, wird eine exorbitant hohe Rendite versprochen. Zum Beispiel 10 Prozent im Monat. Das sind, wenn Sie das als Zinsen zahlen würden, sind das Bucherzinsen, wie es im Altertum der Fall war. 10 Prozent Bucherzinsen, einfach genau das, was Anlass gibt, den Zins abschaffen zu wollen. Das wird aber versprochen, dem Investor. Wie das erwirtschaftet wird, keine Ahnung. Darüber wird zum Teil etwas gesagt, manchmal nicht. Die Zahlungsversprechen also, der ganze Schuldendienst, der Zinsdienst und der Tilgungsdienst des Kreditnehmers, des Schuldners, dem der Investor sein Geld leiht, werden befriedigt. Sie werden anfangs, werden alle Versprechen befriedigt, um Reputation bei Neuinvestoren aufzubauen und genau die werden dringend gebraucht. Denn die Altansprüche werden nur durch Neueinlagen befriedigt, nicht durch eine ökonomische Investition, die eine Rendite abwirft. Das ist also die Schummelei. Es gibt nur Schein-Investitionsprojekte, so hat es Ponzi gemacht. Infinus hat was mit Dresden zu tun, war vor zwei Jahren groß in der Presse. Bernie Madoff in den USA, 65 Milliarden offene Verbindlichkeiten am Schluss, bevor sein Schneeballsystem platzte. Oder es gibt gar keine realen Investitionsprojekte. Die Adele Spitzeder hat einfach nur Geld in ihrem Zimmer gehortet, nannte das Dachauer Bank und hat überhaupt nichts investiert, nirgendwo, auch nichts zum Schein. So, dann gibt es einen Zusammenbruch, weil die benötigte Neuinvestorenzahl exponentiell ansteigt und schnell alle Grenzen sprengt. Klar, Schachbrettmetapher, die Geschichte mit dem Reiskorn, auf dem ersten Schachfeld ein Reiskorn, dann zwei, dann vier, also im exponentiellen Wachstum. Sie wissen, was da rauskommt, wenn man es so macht. Es kommt mehrfache Weltjahresernte an Reis raus, wenn man ein Schachbrett in der Weise exponentiell mit Reiskörnern belegt. So, also das kann nicht lange gut gehen. Ja, die Pyramide, also Pyramidenspiel, suggeriert aber, dass es ein lineares Ansteigen der notwendigen Basis gäbe. Man könnte das nach unten hin linear verlängern. Quatsch, es geht natürlich exponentiell auseinander und dann wird die Basis unendlich, geht gegen unendlich. So, also der Schneeballbetreiber verliert. Es gibt hohe ungedeckte Verbindlichkeiten, Selbstmorde bei den Gläubigern, die nicht bedient werden, übrigens, also ganz lustig, und Haftstrafen für die Täter. Trotzdem haben sich die historischen Schneeballinitiatoren in der Regel als Wohltäter geriert. Sie haben ja eine Zeit lang den Schuldendienst betrieben und den Investoren was ausbezahlt. Es gibt also immer Leute, die profitiert haben und es ganz gut finden. Und dann gibt es die armen Teufel, die mitunter wirklich existenziell bedroht werden durch diese betrügerische Art. Ja, okay, und diese, gerade Adele Spitzeder und Herr Ponsi wurden also nach der Haftentlassung zu Wiederholungstätern, muss man sich mal überlegen, ja, haben versucht, weil sie eben im eigenen Verständnis Wohltäter der Menschheit sind. Also da entstehen auch psychiatrische Prozesse, die ganz problematisch sind. Jetzt werden Sie sagen, was heißt mit uns zu tun? Das sind ja historische Beispiele. Naja, also Albanien hatte diese Pyramidengesellschaft in den 1990er Jahren. Als das World Trade Center durch den hinterhältigen, bösartigen Anschlag zerstört wurde, gab es mehrere Firmen, gab es viele Firmen, die damit zugrunde gingen, zum Beispiel Evergreen oder First Equity, das war ein Schneeballsystem. Flog dadurch auf. In Deutschland, Infinus, ja, eine Dresdner, in Dresden ansässige Betrügerfirma, Future Business, KG haben sie sich genannt, dann Teldafax, Procon, S&K, jetzt im Moment in den Nachrichten, ja. Es gibt einen TV-Film Gier, dann ein Herr Kiener in Deutschland hat einen Schneeball aufgerollt, ein Herr Stanford in den USA und eben Bernie Madoff mit 65 Milliarden offenen Verbindlichkeiten, der größte Schneeball überhaupt. Adele Spitzeder hatte also am Schluss 31.000 gebrillte Investoren, 8 Millionen Gulden ungedeckte Verbindlichkeiten bei ihrer Insolvenz. Ponzi, da war es interessanter, der hat behauptet, er macht eine Investition, indem er internationale Postantwortscheine kauft in Spanien und für den sechsfachen Preis in den USA verkauft, also 500 Prozent Bruttogewinn macht. Das war die behauptete, na, das Scheingeschäft, also die Scheinrendite, die Ponzi seinen Investoren nahegelegt hat. So verwende ich euer Geld. Ja, ich kaufe diese Antwortscheine in Spanien und verkaufe es in Amerika und daraus finanziere ich eure Rendite. Klingt gut, stimmt das? Ja, so war das. Man konnte ein Arbitragegeschäft in der Weise machen. Stimmt, konnte man nachprüfen. Was stimmt nicht? Woran liegt es? Also 100 Prozent Rendite in 90 Tagen hat Ponzi versprochen. Das ist also in anderthalb Monaten 100 Prozent Rendite. Ponzi hätte 160 Millionen Antwortscheine kaufen müssen, es gab reale von nur 27.000. Das sieht man physisch, ja, greifbar, was für ein Unsinn so ein Pyramidensystem ist, so ein Kettenbriefsystem. Es gab 40.000 gebreite Investoren, knapp 15 Millionen Dollar ungedeckte Verbindlichkeiten, 1920 viel Geld, 15 Millionen Dollar. So, die Infinus-Gruppe habe ich hier dann mal aufgearbeitet, wie die gearbeitet haben, mit Order-Schuldverschreibung, das tun wir uns jetzt nicht an. Das war also die Renditeentwicklung, die sie versprochen haben. Wenn man das so hört, dann regt sich beim normalen Menschen folgender innerer Widerspruch. Das sind doch einzelne betrügerische Aktivitäten von bösartigen Leuten, die sie aufgleisen, und von dummdreisten Investoren, die glauben, sie könnten auf die Art Geld verdienen. Anstrengungslos. Das betrifft uns doch gar nicht. Vielleicht schon. Schauen wir uns mal die umlagefinanzierten Altersversorgungssysteme an. Es gibt einen Autor, Kotlikoff, der hat vor vier Jahren darüber geschrieben, dass das auch Schneeballsysteme sind. Klar ist Umlagefinanzierung gut und sinnvoll. Wir reden von Rente, von Arbeitslosenversicherungen, Altersversorgung. Ja, alles richtig. Versicherungen sind in gewisser Weise Schneeballsysteme von Natur aus, im Sinne, dass sie eine Umlagestruktur haben. Andere zahlen ein, damit die, die betroffen sind und Pech haben, oder wenn man alt wird, hat man nicht Pech, sondern es ist sehr gut, wenn man alt wird, es ist sehr erwünscht, alt zu werden, dass man dann profitiert. Das ist das richtig, das Sinn der Versicherung. Nur, wenn man es falsch aufgleist und die Basis, der Finanzier ist, zu groß wird, die man braucht, um die Altansprüche zu bedienen, dann kriegt es den Charakter eines Schneeballs. Vielleicht das ganze globale Finanzsystem, die Staatshaushalte sind vielleicht alles Schneeballsysteme. Eigentlich vernünftig, die junge Generation finanziert die Alt, ist ja richtig, anders geht es gar nicht. Man kann nicht Hexen und Werte von nichts schaffen. Man muss es jemandem wegnehmen, der es erwirtschaftet. Nur, wenn die Basis, die man braucht, zu breit wird, kann es nicht geben. Möglich, ja? Also es betrifft uns irgendwie schon. Woher kommt denn die grenzenlose Vertrauensbereitschaft des Publikums? Gerade auch bei diesen ganzen Schneeballsystemen, die so gut funktioniert haben, in Anführungszeichen. Haben sie gut funktioniert? Woher kommt das? Es gibt sicherlich uns, im modernen Menschen, ein atavistisches Verhaltensmuster der Entgrenzung. Also die Vorstellung der Möglichkeit einer grenzenlosen Wertschöpfungssteigerung ist offenbar ein dominantes Antriebsmuster von Homo sapiens sapiens. Das sind wir. Das sind nicht gestottert, sondern wir heißen so. Kerezente, moderne Menschen, ist biologisch so. Wir sind ja ganz normal in der zoologischen Genealogie verankert. Und ja, Homo sapiens war noch relativ rückständig. Wir sind also einen Schritt weiter, aber eben mit alten Verhaltensmustern, mit atavistischen Mustern zum Beispiel. Steigere dich. Ja, jetzt wenn Sie sagen, hallo, ich mache das nicht. Ich habe nicht das Bedürfnis und ich versuche es auch nicht, mich ins Unendliche zu steigern oder irgendwas zu entgrenzen. Ich bin verrückt. Weiß ich nicht. Schauen Sie mal. Das hatten wir schon, oder? Ich habe jetzt beide berühmten Zeichnungen. Die eine davon hängt hier in Dresden. Das andere Bild ist von Bruegel. Also der Babylonische Turm war ein ganz altes Projekt. Im Alten Testament beschrieben. Hat Konsequenzen gehabt mit der Sprachverwirrung und so weiter, die wir heute noch tragen müssen. Das ist eine alte Idee. Gottgleichheit. Also Entgrenzung landet natürlich auch irgendwo im Himmel. Also bei Gott. Die Entgrenzung per se ist Gott. Und das hat man schon mal probiert. Laut Bibel. Der Gotteskomplex wurde von Horst Ebert Richter und Erich Fromm formuliert. ist also durchaus ein psychiatrischer Befund, der uns mehr oder weniger alle betrifft, so sagen diese Sozialpsychologen, Sozialpsychiatr. Es gibt im modernen Menschen ein Selbstüberhörungsbedürfnis als Homophaber, als Homokreator. Er schafft seine eigene Welt. Aufgrund des Verlustes, und das ist eine Verlustneurose, der alten feudalistischen gesellschaftlichen Ordnungsbeziehungsstrukturen beim Aufbruch in die Neuzeit um 1500. Und dessen Realisierung, die Realisierung dieses Verlustes der alten feudalistischen gesellschaftlichen Ordnungsbeziehungsstrukturen durch Technik und Ökonomie seit 1750. Industrielle Revolution. Das ist ein bisschen kompakt, der Satz, aber ich habe versucht, alles reinzustecken. Das könnte eine ganz richtige Erklärung sein. Der Verlust von Ordnungsstrukturen ist etwas, was uns unangenehm berührt und die Suche danach kann eben der Grund genau dazu sein, dass wir uns entgrenzen und die Grenzen verlieren, den Rahmen verlieren. Dieser Gotteskomplex, den gibt es schon bei den Griechen, also der Mythos des Erysichton, können Sie nachlesen, ist ganz interessant bei Ovid auch nachzulesen, lateinischer Autor, aber auch bei griechischen Autoren. Der Erysichton wird von Demeter bestraft, der Göttin der Jagd, der Natur in der Jagd, für seine Maßlosigkeit, dadurch, dass er einen unstillbaren Hunger entwickelt, der dazu führt, dass er sich selbst aufrisst. Also diese alten, antiken Bildungsmythen sind also ganz deftig. Das ist also, Selbstkannibalismus ist er nicht ohne. Aber das ist eine harte Strafe für jemanden, der, er hat Folgendes gemacht, er hat den Heim, den Heiligen Heim der Demeter abgeholzt. Er brauchte ein neues Speisezimmer mit einem tollen Tisch und dazu brauchte er das Holz und des Heiligen Heims der Göttin Demeter. Und sie hat es ihm heimgezahlt. Also eine alte Idee. Wir machen das auch noch, oder? Doch, schon. Also Cyberspace, was uns da umgibt im Internet, ist ein artifizielles, potenziell unendliches, virtuelles Universum. Darf man nicht vergessen. Biogen und Nanotechnologie, Schöpfung 2.0. Der Mensch greift in die Bausteine des Lebens ein, gestaltet sich und seine Selektionsumgebung selber. Der Mars steht zur Eroberung an, irgendwann. Also es hat sich ein bisschen verschoben. Und der Weltenbau. Also das Weltenbau. Habe ich auch erst kennengelernt durch die Beschäftigung mit dem Thema. So sieht es aus, wenn Sie bei Gibraltar das Mittelmeer vom Atlantik durch einen Staudamm abgrenzen. Dann trocknet das Mittelmeer aus im Laufe der Jahrzehnte. Und es gibt hier ein riesiges Wassergefälle. Atlantik bleibt voll. Mittelmeer wird uns gewinnen. Was? Was haben Sie davon? Na, Sie gewinnen Land. Wenn der Mittelmeer-Meeresspiegel nach unten geht, gewinnen Sie natürlich Land. Das war eine alte Idee von einem Herrn Sörgel, in den 1920er Jahren entwickelt. Ökologisch fälliger Unsinn, weil dann die Luft voller Feuchtigkeit wäre. Also das verdunstende Wasser würde das Klima so ändern, dass es sich komplett umstellen würde. Das halbe Mittelmeer würde ja dann sozusagen in die Atmosphäre verschwinden und irgendwo abregnen oder sonst was. So, jetzt werden Sie sagen, also nochmal. Ich nehme mir jetzt also einen harmlosen Betrachter-Distanzen, der sagt, was soll denn das? Ich bin nicht von einem Ergrenzungsbedürfnis, auch nicht von einem Goldeskomplex betroffen. Ja, ich habe auch zu Hause keinen Babylonischen Turm und auch meine Freunde nicht. Ja, gut. Nur, es stimmt es wirklich, die Werbung ist ja ein Zeitgeistbarometer. Die Werbung fängt auf, was in uns steckt, um uns zu erreichen. Werbung als Branche ist in Deutschland eine der wertschöpfungsstärksten Branchen überhaupt. Es wird sehr viel Geld verdient und umgesetzt in Werbung. Eine der wertschöpfungsstärksten, renditekräftigsten Branchen in Deutschland ist Werbung. Sie machen also keinen Quatsch. Sie wissen, was Sie tun, und das schicke ich voraus, um Ihnen Folgendes zu zeigen. Was treibt die Werbung? Zum Beispiel mein Rechner ist ein Acer, nicht der mit dem Apfel. Da steht Explore Beyond Limits. Es soll über meine Grenzen hinausgehen. Coca-Cola, Erfrischung ohne Grenzen. Das sind also Fallschirmspringer. Bier, grenzenlos frisch, purer Pilzgeschmack. Harmloses Zeug wie Bier. Unendliche Weite, wenn Sie bei DM Fotos reproduzieren lassen. Hier, ein Hauch von Ewigkeit bei diesem Parfüm. Selbst beim Bäcker werden Sie entgrenzt. Auto, Lexus, grenzenlos. Das ist Balsamico, Essig. Essig grenzenlos genießen. Das war wirklich ein Bild aus meinem Supermarkt. So bei Autos hat man das. Hier also, Jürgen Höller, Sprengeteil und Grenzen. Ich will endlos quatschen und surfen. Unendliche Möglichkeiten durch Glasfaser. Unendlich, nicht wenig. Infinity, hier nebendran, ist ein Autohaus von Infinity. Wenn Sie mal schauen. Also so ein paar Schritte in die Richtung. Es ist ein Autohaus von Infinity. Das sehen Sie. Der junge Mann hat das ja hier. In Dresden wird hier mit Endless vom Juwelier geworben. Grenzlose Freiheit. Autos sind immer entgrenzt. Das ist ein Infinity-Auto. Also unendlich, Infinitus. Und das ist ein schönes Bild. Also sogar die Vermögensverwaltung wird grenzenlos beherrscht von dieser Figur hier. der in die Weite, in die unendliche Weite fliegt. So, jetzt haben wir nicht mehr so arg viel Zeit. Aber ein paar Minuten haben wir vielleicht noch. Und ich komme dann auch zum Schluss. Es gibt jetzt den Bogen wieder spannend zu unserem Thema. Eine ökonomisch-empirische Glücksforschung. Matthias Binswanger wird darüber reden. Eine Glückslebenssinn-Debatte seit 1990er Jahren. Es gab da von Kahnemann einen Nobelpreis. Matthias Binswanger wird darüber reden. Die Grundfrage ist, macht eine Steigerung des Reichtums die Menschen glücklicher? Dazu müssen Sie wissen, was Glück ist. Das ist schwierig. Das hat man sich seit der Antike Gedanken gemacht. Wie macht man grundsätzlich so eine Studie? Na, man befragt Menschen, klar. Und man vergleicht arm und reiche Länder zu einem Zeitpunkt. Oder ein Land in Zeitreihen-Studie, wenn es immer reicher wird. Dann können Sie da vielleicht eine Antwort finden. Und das Resultat ist, wenn Sie das machen, wurde vielfach getan, Prosperität und Reichtum, also das Jahreseinkommen, BIP, sind im Unterbereich der Wohlstandsskala bis zu einem Mindestwert deutlich mit dem Glücksempfinden der Menschen korreliert. Im oberen Bereich nicht mehr. Also irgendwann ist es gut. Wachstum macht nicht, zunehmendes Wachstum macht nicht glücklicher. Also das wäre der Befund. Materielles, modernes Wertesystem nimmt überhand und löst das materielle, moderne Wertesystem, wird abgelöst vom postmateriellen, postmodernen Wertesystem Suffizienz. Ja, weniger ist mehr. So, das wäre der Befund. Wir haben also eine Wachstumsillusion erster Ordnung, wenn wir sagen, Wachstum ist so wichtig und so gut. Es gibt Grenzen, es gibt Effizienzgrenzen, es gibt ökologische Grenzen und innere Wachstumsgrenzen, die einfach die Möglichkeit unbegrenzten Wohlstandswachstums widerlegen, als unrealistisch zeigen. Innere Wachstumsgrenzen hatte ich noch nicht so deutlich erwähnt, das sind nicht dauerhaft gewinnbare Positionalwettbewerbe im Statuskonsum. Was soll das heißen? Statuskonsum ist, ich baue mir eine breitere Garage als mein Nachbar, ich habe ein schöneres Auto, ich habe einen tolleren Beruf und gebe auch noch kräftig an, weil ich ein schwaches Selbstwertgefühl habe, ist das dann wichtig. So, das ist Statuskonsum. Den kann ich aber gar nicht gewinnen, weil der Nachbar vielleicht bald auch noch eine breitere Garage hat, noch ein schöneres Auto hat und dann seine Kinder vielleicht noch tollere Berufe haben, als ich es jemals hatte. Das ist also zum Untergang verurteilt. Wer so denkt, hat eine Anleitung zum Unglücklichsein befolgt. Man kann sich wirklich unglücklich machen damit, weil immer jemand besser kann. Wachstumsillusion zweiter Ordnung, es gibt keine subjektive Steigerung des persönlichen Glücksempfindens durch weitere Wohlstandsvermehrungen ab einem Schwellenwert, das haben wir gerade gesehen. Also Entgrenzung führt nicht zu stärkerem Glück. Aber, und darauf lege ich Wert, Angus Dieten, der jetzige Nobel-Gedenkpreisträger in Schweden, hat gezeigt, 2008, wenn Sie die Menschen nach Lebenszufriedenheit fragen, das ist nicht Glück, also nicht wie glücklich, wie happy sind sie und so, sondern einfach nur, wie zufrieden sind sie, wenn sie zurückblicken auf ihr zurückliegendes Leben. Dann zeigt sich offenbar doch, Dieten hat das also wie gesagt empirisch gezeigt, dass das keine Grenze gibt. Steigendes Einkommen ist potenziell verbunden mit unbegrenzt steigender Zufriedenheit. Wenn Sie nach oben offene Skala angeben, dann kreuzen die Leute immer höhere Werte an mit dem Einkommen. Wenn Sie nach Lebenszufriedenheit fragen, nach Glück, was ein komplexerer Begriff ist, ein komplexerer Zustand, da funktioniert es nicht. So, was ist zu tun? Ja, also mein Vorschlag ist, Selbsterkenntnis zu diesem Gotteskomplex, eine Selbsttherapie. Wir müssen erkennen, dass wir da irgendwas in uns tragen, was uns möglicherweise den Garaus machen kann. Und wir müssen Positionalbedürfnisse, also ich will eine größere Garage als mein Nachbar, Ängste, Trennungsängste des Menschen überwinden, eine Diagnose. Das heißt, die Gotteskomplexwerte ablösen durch postmoderne, postmaterielle, soziale Werte. Soziabel heißt, da kommt jetzt die Erklärung, ich bin gleich fertig, das, was zum Beispiel im traditionellen... Ist schwierig. Es gibt offenbar bei uns ein atavistisches Bedürfnis nach Neugierde und nach Entwicklung. Das, wissenschaftlich ausgedrückt, das sind elementare, universelle, also über die Menschheit verbreitete, anthropologische Konstanten in unserem Verhaltensrepertoire. Wenn man das abwirkt, dann erzeugt man Unzufriedenheit und Störpotenziale. Die sozialistische Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in Mittel- und Osteuropa und in Asien haben das bewiesen. Also das ist sicherlich kein Weg. Deswegen Vorsicht mit der Suffizienz, wenn man sie übertreibt und am Schluss da landet, wo Savonarola gelandet ist, Ende des 15. Jahrhunderts, in Florenz, als er alles unterdrückt hat, was irgendwie mit Genuss und mit Freude zu tun hatte und den Frauen den Schmuck vom Hals gerissen hat. Das ist eben genau der Weg, der nicht zum Ziel führt und auch von den Menschen nicht begangen wird. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.